Oh, nee! Keine Worte mehr! Danke, aber... Hast du keine Bewusstseinser wegen Mikrofon mehr? Mikrofon, deine Freunde, die du gar beschissen hast? Oh nein, nein! Wir haben noch nicht geklickt und es ist auch Kulig-Sinke! Wie kann ein der Betrug mehr? Da kann man nicht gut, wenn ich das nicht kapiere. Ach, der hat ihn nicht aufruflich. Na, ich muss da keiner zu sein. Obwohl, wenn du die Medien verletzt hast, dann eigentlich so kannst du jetzt noch andere außerhalb. Au! Ich verliere mich! Ich soweit ich noch hab' ich für das Homburbe-Wennstück. Ne, ich weiß nicht.